Die werden zuerst voll. Weil... Weil das das nächste ist. Ja, weil hier ja dieser... Chest drunter ist, ne? Das kommt ja glaub ich deswegen, weil das ja von da und von da als erstes kommen würde. Also er geht von der letzten Station zur nächsten, bis es irgendwann voll ist. Eigentlich wär das dafür gewesen, dass man das hier mit anschließt, aber das ist halt Flash. Vielleicht nutzt immer das Einfachste. Ja. Ah ja. Na, da komm ich schon wieder durcheinander. Nee kommst du gar nicht. Hallo? Wo das man mit einer Kreuzung anbindet. Ah, da geht's hin. Wie man sieht, hier sind die Pipes dran. Hier hab ich die Goldpipes hingelassen. Ich glaub damit er da im Kreis geht, ne? Ja. Und so wandert er dann hoch und runter. Der sieht halt in welche Richtung er muss. Was wirklich gut ist. Praktisch. Aber... Hier hat er mit Cases fast voll. Mhm. Also für Gunpowder... Ich guck auch so... AZ ist schon wieder drauf. Mhm. Also die beiden werden dir langsam... Gut. Zombie-Banes wird nicht das Problem sein, die kann man umarbeiten. Knochen? Kein Problem. Ja. Und man kann nix damit machen. Warte mal. Das Problem ist für die Cases... Ne... Cases können wir sowieso noch... Ich schreib die jedes Mal falsch. SC her. Statt nur C. Warte mal. Die Cases könnten wir upgraden. Dafür brauchen wir nur... Das Glas. Das Glas. Hardenet, ne? Ja. Hardenet. Hardenet. Warte, ich komme. Incoming. Einmal. Machen wir kurz so. Zweimal. Komm her, kleiner Magnet. Haha. So. Hardenet. Hardenet. So, welcher muss ich... Welcher ist jetzt hier? Hier ist Gunpowder. Hardenet. 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 So. Und schon ist mehr... Platz. Und wir haben das Problem wieder gelöst. Ja. Hier, wie gesagt. Hier habe ich aber auch nur die Deep Storage angeschlossen. Ich wollte gerade sagen. Du siehst, dass die ganzen Cases so weit leer sind, ne? Ja. Was ich nicht gemacht habe. Alle abgebaut. Vorne an der Ex-Factor-Pipe angeschlossen. Und dann gehen wir so... Pfff. Pfff. Ja, das ist... Das war hier auch nur so ein... So ein Müll-Vollspeicher, weil... Das Blut musste irgendwo hin. Ja, ja. Jetzt ist die Deep Storage angeschlossen. Ja. Naja, hier vorne... Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Helf mir mal mit. Leer ein bisschen mit. Das war heute Morgen auf 4000. Und heute Morgen hieß 4 Uhr. Upgrade. Das ist ja egal. Ja, wobei... Man könnte eine Pipe inlegen. Und dann liegt ein einfacher Chest hin oder so. Hier vorne ein einfacher Chest hin und macht ein Logistik-Pipe hier hin. Hm, kann man nämlich auch. Ja. Wieso? Man braucht hier einfach nur die eine Pipe rausnehmen. Eins weiter hochsetzen. Und dann pumpt er die nämlich auch schon raus. Ja, oder so. Ja, unter der Workbench hin. Die Workbench muss da bleiben. Das muss Synergie ergeben. Oh. Scheiße. Da waren die Cards weg. Ich hab vergessen, dass ich kein Magnet anhat eben. Scheiße. Also jetzt müsstest du so Magnet anmachen. Weil ich hab jetzt kein Magnet anhat. Ja. Zwei Cards sind still. Hä? Wo kam die eine Provider... Achso, du hast die eine Providercard eingesammelt eben. Ja, warte. Ja, gut. Gut, dass du Magnet anhatest. Ja. Wir brauchen noch eine... Hast du den Case wenigstens? Ja, den Case hab ich. Okay, ich mach doch mal Glitter. Einmal so. Eine Basic. Dann schießen wir die hier an. Und dann brauchen wir nun eine... Oh, hier war schon eine Leitung drunter? Ja, ja. War doch an dem Case schon angeschlossen. Achso. Dass er das nämlich im System hat. Ja, dann hätten wir das gleich schon ändern können. Jetzt müssten die, glaub ich, gleich irgendwie durchschießen die ganze Zeit, ne? Ah, ne, die... X-Factor brauch nicht. Mach mal die X-Factor-Pipe an. Und dann zack, weg. Jetzt zieht das raus. Immer wenn was da ist, dann schwupp, geht's raus. Schwupp, schwupp. Kannst du da nicht den Case jetzt drauf stellen, damit man es mal sehen kann? Oder ist der Case weg? Den Case hab ich hier. Setz mal drauf. Macht er nämlich nicht. Das Problem ist, wenn er nämlich noch an der anderen Seite was angeschlossen hat. Kannst... Aber... Wann mal. So. Das ist das Geile. Mit der Wrench kannst du die Richtung ändern. Wusstest du das? Ja. Ja. Mit den Hoppern? Mal mit sicher. Ich sag's dir hier. Yay. Nimm ich einfach nur den weg. Wo bist du da? Ja. Oh mein Gott. Party. Party hard. Kommt jetzt hier von der Seite. Wolle. Wenn man von hier guckt, dann sieht man da auch alles lang tauschen. Oh, da kommen sie an. Und dann sollte das da füllen. Ja, da kommt er gerade. Da kommen sie alle an. Und jetzt füllt das alles schön auf. hop na. Ja. Haben wir nachher. Ja. Mhm. Aber das ist egal. Da kommen so viel... Die da vorne müsste schon leer sein. Weiß ich nicht. Jupp. die ist jetzt schon leer ja da will ich die haben meine sollte man was anderes zeigen was es sollte eigentlich dahinten die kabel wieder voll sein ja ich zeig dir mal was nein das ist eine stufe höher weißt du du weißt ja wie viele drin sind 20.000 alles klar da sind 40.000 drin und guck mal wie schnell die lege was macht der denn für schritte die mag das dreimal hintereinander ich habe keine ahnung wie das genau ist bei denen aber guck mal die ist gleich leer das bräuchte das bräuchte nicht noch so eine pipe irgendwo hinschließen so eine falls wir doch mal ich könnte eine nehmen machen oder wir bauen dafür die chest mal ab man kann das abbauen oder ich kann noch einen rand batschen ja aber ich will das seit nicht so mal daneben sondern dass das so wie mit den kisten hier oben weil das schöner bin so die hohe zone einfach so dahinten da wäre mir ernsthaft nur ein boden drunter scheiße ja heute startplattform stimmt ab und zu läuft automatisch weiter bei mir hat den nachteil habe ich ja nicht so dann machen wir brauchen noch eine es würde eigentlich eine mk1 jetzt sogar reichen habe ich aber keine mk1 wie teuer waren die das da irgendwo noch diese komischen gammel pipes iron zwei stück drei mal redstone bestellen dann baue ich noch so eine basic hier hatte ich jetzt auch mal dahin die zwei dahin die da haben wir die jungen kannst du zwischen machen wir rot gelb grün blau die haben wir da habe ich halt alles in meinem weg und hier ist halt die station zum entleeren jetzt gut das heißt da kann man alles reinmüllen ja ein mill case hinsetzen und gibt ihm halt auch auf drei gesetz und dann läuft das ihr könnt euch weiter produzieren ja kleine kraften zahlen wir haben wir das alles und jetzt kommt die insel ist lager crafting system eigentlich eigentlich fürs lager system mit was wir sind außerhalb ist weil damit alles ein bisschen komplett getrennt ist ich habe heute ein schankloader noch mal hingesetzt das ist wirklich ein ordentlich lädt sicherheitszeichen hier habe ich ist ja ne war ich einmal kurz ist alles drin also alles was wir momentan brauchen hier habe ich meine ich liegt engels termal das sind die taumkraftnuggets glaube ich oder sind das die hier die termal und das sind die taumkraftnuggets da unten auch den schritt überbrücke ich ja sozusagen mit einer aber die brauchen wir hier eigentlich gar nicht mehr weil er das ja geändert hat genau weil wir wollen ein bisschen sparsam drin sein ist genau wie wir hatten vorher diskussion gehabt ob wir was war das aluminium ne genau alle die nickel jetzt haben wir hier noch gar nicht na gut das würde ich ja das ferros ist schon da das ferros gibt es hier schon nickel gibt es nicht mehr service ist hier schon mal dich schon aber dort ist im system irgendwo ich weiß nicht in welchem da wo er das sind die linke in geld hier die in war gar nicht mehr das rezept kann ich das rind das in war rezept musste glaube ich ändern das habe ich weggemacht ja das muss ich ja auch ich meine ich doch in wenn wir jetzt haben wir ja nicht er du musst doch irgendwann genau dann mache ich das so dass ich die rausnehmen wo haben wir das denn das sind die richtigen das rezept kann ich halt auch ausnehmen dass die lindner jetzt hier zu lead in geld gemacht werden genau das kann ja weg mag das halt erstmal so hier haben wir die hier in die taum kraft die es gemacht jetzt hier haben wir in war oder wo du gerade vorstehst ja genau und in wann da gibt es ja korrekt nur dass du bräuchte ein schmelz rezept weil wir uns mal in war anschauen ich sollte auch richtig schreiben mit der in war wenn wir ihn wenn wir da der ist immer blend von firmen foundation wird die aus eigen geht beziehungsweise kannst ja ganz eisen schmelzen und kann es ja gleich fähr aus reinschmeißen also kannst das zusammenschmelzen bedankt schnitz mal das geht ja aber er erkennt er keine inwander jetzt wo er kennt er kann was wenn die inwander geht das ist richtig überreden von nickel eigentlich die ganze zeit nein 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 du hast noch keine inwander jetzt hier im system also die nagel schon aber du musst ja hast du die inwander herstellung denn ja muss sie denn die welt nicht gekraftet schmerzt sie direkt dann aus wir müssen die tendin gezeigt auch noch ändern ja sind jetzt die anderen denn hier einmal schnell und zwar sind das jetzt die terminal genau okay geändert haben wir hier das ist richtig ich habe keine ahnung aber ist auch egal haben wir noch ein wenn wir nicht gebrauchen hier ist nichts mehr die sind richtig warum machst du kompressen warum hast du kompressen flint und baust wieder auseinander ja lass doch so ist doch egal stehe ich nuch hab ich doch da auch ein system drin ich gucke mich gerade ob der er sucht das gerade da immer noch ey das kupfer musst du hier ändern hier das rezept wo ich gerade draufstehe ja gleich soll ich eine fackel draufsetzen ja das ist richtig ich gucke nochmal kurz durch das ist richtig das 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 ist richtig das ist auch richtig das ist nur falsch ja die rest sind nur leer da wo ich die fackel drauf gemacht hat die musst du ändern ja das wobei das umgestellt hat weil es jetzt nur noch zwei sorten gibt also formal expansion ingots und v kraft formal expansion